Tag Nerds! Hier ist wieder euer Mindstalker, der Nerd von nebenan. In der heutigen Folge 26 spreche ich über Pen & Paper Hunger, TV-Beleuchtung und das Winterloch. Die Empfehlung der Woche ist heute ein nützliches Stück Software. Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier ist dein Gastgeber, Mindstalker. Da sind wir wieder und ich begrüße euch zur 26. Folge des Mindcasts. Es ist schön, dass ihr nach wie vor zuhört und ich freue mich immer, wenn ihr euch reinklickt und hier und da auch ein bisschen Feedback den Weg zu mir findet. Und ja, ich bin sehr dankbar für euer Feedback, denn das hilft mir dabei, das Ganze so ein bisschen lebendiger zu gestalten und für euch auch, naja, ein bisschen interessanter zu machen. Denn ich versuche ja so eine Mischung zu machen aus dem, was mich beschäftigt und was euch interessiert. Das deckt sich glücklicherweise oftmals und von daher ist das gar kein großes Problem. Und ich freue mich immer, wenn die ein oder andere Idee und auch das ein oder andere Feedback zur ganzen Umsetzung an sich so ein bisschen den Weg zu mir gefunden hat, denn ja, das ist einfach sehr nett. Ich weiß, dass am Ende jemand zuhört und ich weiß, dass sich auch Gedanken darüber gemacht werden. Und das ist ein schönes Gefühl, denn das zeigt mir, dass ihr Interesse an diesem Format habt und das freut mich sehr. Das erste Thema heute ist der Pen & Paper Hunger. Ja, ich bin sehr hungrig, ihr Lieben. Ich habe die letzten Wochen beziehungsweise tatsächlich mittlerweile schon Monate quasi kaum bis gar nicht Pen & Paper gespielt und es macht mich sehr, 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 sehr traurig. Es ist wirklich anstrengend. Pen & Paper Rollenspiel ist für mich eigentlich so der Freizeitausgleich zum stressigen Job und selbst in stressigen Zeiten ist das immer irgendwie so ein bisschen der Gegenpol zum Stress eigentlich. Man kann sich so ein bisschen fallen lassen in irgendeine fantastische Welt und mit den Spielern dort irgendwas Tolles erleben. Ja, das ist im Moment nicht so ganz der Fall. Und ich muss sagen, es ist im Moment so ein bisschen unbefriedigend. Nein, es ist super unbefriedigend, denn aktuell laufen zwei Runden. Die sind beide kurz vor dem Abschluss und das ist einfach ein bisschen ätzend. Das ist für die Spieler ätzend und das ist auch für mich ätzend, irgendwie so in der Schwebe zu hängen. Ich vermisse total die coolen Ideen der Spieler und ja, auch so die spontanen Ereignisse. Ich bin ja ein Fan von Zufallstabellen, um selbst in der durchgeplantesten Situation irgendwie noch Zufallsfaktoren mit drin zu haben. Und ja, diese Wendungen und so unerwartete Sachen, die passieren, einfach das fehlt mir im Moment so ein bisschen. Und ja, generell Pen-and-Paper-Rollenspiel ist einfach ein großes Hobby von mir. Das weiß der eine oder andere Zuhörer. Und das ist, es ist einfach so, ja, es ist auch so von kreativer Seite aus einfach so ein Loch, das im Moment da ist. Ich habe so viele Ideen im Kopf, aber aktuell keine wirkliche Möglichkeit, sie umzusetzen. Und wenn mal die Möglichkeit da ist, schlägt so die übliche Terminproblematik zu und es kommt irgendwie kein Termin zustande. Ja, und wenn mal alles gut aussieht, dann kommt irgendwie bei mir oder bei irgendeinem Mitspieler die Arbeit in die Quere mit ungeplant längerem Dienst wegen Personalmangel oder anderen Geschichten. Es ist einfach ätzend im Moment, was das angeht. Ich muss aber sagen, systemtechnisch ist nach wie vor Dungeons & Dragons 5. Edition mein Lieblingssystem. Da bin ich so am meisten drin, habe am meisten Material. Und das ist einfach irgendwie auch eine Welt, mit der ich seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten fast schon, ja, irgendwie mich auseinandersetze. Und das ist einfach ein schönes System, eine schöne Welt. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile lang mein Lieblingssystem bleiben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so ein paar ungespielte Systeme, die ich gerne mal ausprobieren würde. Ich habe da in der Pen & Paper XXL-Folge schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Es gibt Systeme, die würde ich gerne ausprobieren, aber auch dafür ist im Moment so ein bisschen wenig Platz, Raum, Zeit, irgendwas da, denn es lässt sich alles nicht so richtig organisieren. Und selbst wenn man es organisieren würde, würde es im Moment nicht so wirklich stattfinden. Ja, alles nicht so easy peasy, wie man das gerne hätte, aber es hilft ja auch nichts. Was mich an der Stelle aber mal interessieren würde, hättet ihr tatsächlich noch Interesse an einer weiteren XXL-Folge zum Thema Pen & Paper, also eine wirklich, naja, ein- bis zweistündige Folge einfach nochmal rund um Pen & Paper, die ihr auch mit euren Themenvorschlägen füllen könnt. Gibt es irgendwas im Bereich Pen & Paper, was ihr unbedingt gerne mal wissen möchtet oder möchtet ihr eine Meinung zu bestimmten Pen & Paper bezogenen Themen von mir oder, oder, oder. Also irgendwas rund um Pen & Paper, hätte ich auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Wenn ich schon nicht spielen kann, dann mag ich wenigstens drüber reden. Ja, das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr auch Bock habt nochmal auf so eine extra Portion Pen & Paper, sage ich mal, weil ich weiß ja, dass nicht alle von euch in dem Pen & Paper Stuff so drin sind und von daher frage ich lieber mal vorher, weil wenn dann keiner Bock drauf hat und alle die Folge überspringen, bringt das natürlich nichts, wenn ich mich nur mit dem Schreibtisch unterhalte. Von daher, ja, lasst mir gerne Feedback zukommen. Gerne auch, womit ich euch da thematisch irgendwie ein bisschen eine Freude machen könnte, soll es um ein bestimmtes System gehen, soll es um, keine Ahnung, zum Beispiel das Thema Abenteuervorbereitung gehen, soll ich das Ganze mehr aus Spielersicht beleuchten oder aus Spielleitersicht oder, oder, oder. Aber auch zum Thema Pen & Paper Online gibt es da im Moment so ein paar Neuigkeiten, die ich einfach mal so ein bisschen in die Runde schmeißen möchte. Wer mich kennt, weiß, meine Online-Runden laufen über Fantasy Grounds. Und ich habe schon ein bisschen rumgespielt mit der neuen Version, und zwar Fantasy Grounds Unity, die ich als Kickstarter unterstützt habe. und die ist mittlerweile nicht mehr im Early Access, das freut mich total, sondern ist veröffentlicht worden. Quasi in der fertigen Version, wird aber noch weiterentwickelt natürlich. Und ja, das heißt, meine zukünftigen Online-Runden werden nur noch darüber laufen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil natürlich die technische Seite überarbeitet ist und auch da noch ein paar Features geplant sind. Fantasy Grounds nutzt so ein System, wo man Ideen einreichen kann und quasi hochvoten kann. Und da sind die drei höchsten Beiträge quasi einmal die Multi-Monitor-Unterstützung. Das fände ich auch sehr, sehr geil. Da kann man nämlich ein bisschen mehr Platz schaffen auf seiner Fantasy Grounds-Oberfläche. Und das zweithöchste ist im Moment natürlich auf den Karten dynamische Lichtquellen. Das heißt, nicht so wie es aktuell in Fantasy Grounds Unity ist. Man hat Licht und Schatten und die Sicht wird von der nächsten Wand oder Tür und so weiter blockiert, die definiert ist, was an sich schon ein cooles Feature ist. Aber auch die Reichweite, wie weit ein Charakter sehen kann, ist gerade bei Dungeons & Dragons sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend darüber, was man sieht und wer wie viel sieht, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Und ja, dass zum Beispiel eine Fackel weniger Licht oder dass man mit einer Fackel weniger weit gucken kann als mit einer Kerze oder sowas halt. Und das ist eine sehr schöne Sache und von daher freut mich, dass das ziemlich weit oben ist auf dieser Liste. Und als dritthöchster Punkt ist dort angeführt, auch auf Maps einen User- oder Dungeon-Master-Ping machen zu können. Das heißt, dass man so eine Location auf einer Karte anpingen kann, die dann quasi für alle so ein bisschen aufleuchtet, um einfach bestimmte Punkte zu signalisieren. Fände ich persönlich ganz nice, weil man dann nicht immer diese blöden Marker extra erstellen muss und dann wieder löschen muss, wenn man es gezeigt hat, was man zeigen wollte. Kann man einfach kurz pingen und dann blinkt da mal kurz was und dann war es das. Also alles drei Features hier in der Top 3, die mir persönlich auch gefallen würden. Von daher bin ich da guter Dinge, dass die das auch irgendwie, naja, so halbwegs zeitnah vielleicht auch schaffen umzusetzen. Ich fände es ganz cool und ich bin sehr gespannt drauf, wie da die Entwicklung auf jeden Fall weitergeht. Jetzt im Moment habe ich aber allerdings erst mal nach wie vor Pen & Paper Hunger. Mit ein bisschen Glück schaffe ich es aber so um die Weihnachtstage rum, so ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, nochmal ein, zwei Online-Sessions zu spielen. Das wäre natürlich super nice. Dann hätte das Jahr vielleicht Pen & Paper technisch doch noch irgendwie einen netten Abschluss. Das zweite Thema heute ist mal wieder ein bisschen was Technischeres und zwar Technischeres. Das klang irgendwie merkwürdig, das Wort. Naja, es geht jedenfalls um Technik und zwar habe ich ein kleines, naja, eigentlich auch kein kleines, eher ein großes Gadget rausgesucht. Und zwar geht es zum Abschluss des Jahres um ein kleines Upgrade fürs heimische Wohnzimmer. Und zwar habe ich uns als quasi Weihnachtsgeschenk für uns ein Philips Hue Gradient Lightstrip gegönnt. Ihr kennt das vielleicht, Philips Fernseher bieten zum Teil dieses Ambilight an. Das heißt also auf der Rückseite des Fernsehers so bunte Lichter, die quasi das TV-Bild, das dort wieder gespiegelt wird, mit den Farben ergänzen. Das heißt so ein mit dem Bild synchronisiertes Umgebungslicht. Das heißt die direkte Umgebung des Fernsehers wird rundherum so ein bisschen mit diesem Licht angestrahlt und das Licht passt sich farblich an das an, was auf dem Bildschirm gerade zu sehen ist, an den entsprechenden Stellen, das heißt oben, links, rechts und so weiter. Das ist sehr schön, das können aber wie gesagt nur die Philips Fernseher, die neueren. Und dieser Philips Hue Gradient Lightstrip sorgt dafür, dass man wie so eine LED-Leiste das an jedem Fernseher theoretisch nachrüsten kann. Und das ist sehr geil, ist relativ teuer leider, aber es hat sich gelohnt, muss ich sagen. Ich bin da wirklich am schwärmen. Ich wollte es schon echt lange haben und jetzt im Rahmen des Weihnachtsgehaltes, das dieses Jahr leider auch ein bisschen reduzierter ausgefallen ist, ja, habe ich zugeschlagen. Es war auch ein bisschen günstiger, ein bisschen runtergesetzt, habe ich zugeschlagen und jetzt ist es da. Es ist mittlerweile auch angebaut und es ist toll. Es ist wirklich toll. Das Bild wirkt größer, es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es wirkt angenehmer, würde ich sagen. Das Schauen selbst, also wenn man sich etwas anguckt, das ist irgendwie stimmungsvoller. Ich weiß nicht warum, obwohl es ja eigentlich so, ich sage mal, dieselben Farben sind, die man eh schon auf dem Bildschirm sieht. Aber dadurch, dass so diese Umgebung in dieses Licht eingetaucht wird, ist es einfach irgendwie stimmungsvoller. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mir persönlich ist aufgefallen, dass ich zuerst, und ich mache es auch jetzt noch nach ein paar Tagen, total auf diese ganzen kleinen Details achte. Also wenn irgendwo mal was flimmert oder irgendeine kleine Ecke in einer anderen Farbe ist, gucke ich immer so ein bisschen gezielter auf den Rand, wie die Farben das darstellen. Einfach so ein bisschen, um diese technische Seite ein bisschen mitzuverfolgen, wie gut ist es tatsächlich. Aber ich merke, dass sich das bei mir auch so langsam immer mehr normalisiert. Ja, und es immer mehr so Teil des Schauens wird. Es ist super angenehm, wie gesagt. Es ist so gefühlt einfach ein weniger abgehacktes Bild. Das ist mega angenehm, finde ich. Was auch sehr positiv ist, das Ganze reagiert sehr schnell und zuverlässig. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen gelesen, dass da eine totale Verzögerung drin ist. Das kann ich persönlich jetzt nicht bestätigen. Ich kann eigentlich nur sagen, dass auch bei schnellen Bildwechseln das Ding wirklich gut reagiert. Wir nutzen bei uns den Gradient Lightstrip in der 65 Zoll Variante, der für unseren Fernseher passend ist. Gibt es aktuell, glaube ich, bis maximal 70 oder 75 Zoll in drei Varianten. Müsst ihr einfach mal schauen, wenn euch das interessiert. Ich nutze die 65er Variante, weil das für unsere Fernsehgröße einfach passend ist. Und ich muss sagen, egal ob man jetzt Filme oder Serien schaut oder beim Zocken an der Playsee sitzt oder von mir aus auch an der Switch oder was auch immer. Halt alles, was über HDMI in diese Synchronisationsbox da reingeballert werden kann. Es ist eine tolle Ergänzung und macht direkt mehr Spaß. Es macht wirklich mehr Spaß, im Wohnzimmer zu sein und diesen, ja ich nenne es mal Entertainment-Bereich zu nutzen. Es ist schön. Also mir macht das sehr viel Spaß. Es ist eine angenehme Ergänzung und ich bereue den Kauf nicht, auch wenn es ein paar Euro mehr waren. Es synchronisiert sich einfach, es passt sich an. Es ist nicht einfach nur irgendein LED-Streifen, der in einer Farbe leuchtet, den man über Handy-App irgendwie verstellen kann als Hintergrundbeleuchtung, sondern es passt sich wirklich synchronisiert an das Geschehen auf dem Bildschirm an. Und das ist es, was den Aufpreis auf jeden Fall gerechtfertigt hat für mich. Denn es sorgt einfach zu so einer, es trägt zu einer deutlich cooleren Atmosphäre im Wohnzimmer bei, wenn man irgendwas schaut oder zockt. Und von daher von mir einen Daumen nach oben, auch so eine indirekte Empfehlung, wenn ihr auf sowas steht. Ich persönlich finde es sehr gut, kann es von daher einfach nur an euch weitergeben, wenn ihr Bock auf sowas habt. Schaut es euch mal irgendwo an bei Kumpels oder so, wenn ihr die Gelegenheit habt oder schaut euch Videos dazu im Netz an. Ich persönlich sage Daumen hoch. Meine Frage an euch wäre an dieser Stelle tatsächlich, nutzt ihr auch Beleuchtung zur Atmosphäre oder einfach nur Heimkinosystem mit Boxen und so weiter? Und wenn ja, also wenn ihr Beleuchtungsfans seid, in welchem Umfang nutzt ihr das Ganze und welche Systeme nutzt ihr da? Einfach so diesen einfarbigen LED-Streifen als Hintergrundbeleuchtung oder auch so ein Gradient-Light-Strip? Oder habt ihr vielleicht einen Philips Ambilight-Fernseher zu Hause stehen? Oder gibt es da vielleicht noch was ganz anderes, das ich gar nicht auf dem Schirm habe? Nutzt dafür gerne den Feedback-Bogen auf mindcast.letscast.fm. Und schreibt mir gerne was dazu. Ich bin sehr gespannt, denn ich persönlich kenne nur zwei Leute, die so ein Beleuchtungssystem tatsächlich nutzen. Von daher würde mich das total interessieren, ob ich da einfach in meinem Dunstkreis wenige Leute habe oder ob das tatsächlich noch gar nicht so verbreitet ist in der breiten Masse, wie ich denke. Ich hatte persönlich nämlich immer so das Gefühl, ich bin total spät, alle haben das irgendwie schon, aber scheinbar irgendwie nicht so. Von daher lasst einfach mal einen Kommentar da und lasst es mich wissen, wie es bei euch aussieht oder ob ihr das vielleicht geplant habt oder schon mal hattet und vielleicht sogar schon wieder abgerüstet habt. Das wäre natürlich auch super spannend zu wissen, warum das vielleicht passiert ist. Kommen wir aber nun zum letzten Thema, abgesehen von der Empfehlung der Woche. Es geht um das Winterloch oder auch den Nerd-Entzug, könnte man sagen. Ja, ihr wisst, wie es im Moment ist, wenn man aus dem Fenster schaut. Aufstehen, dunkel. Feierabend, dunkel. Ja, und bei mir sorgt das für Folgendes. Es ist wenig Motivation, da etwas zu unternehmen, selbst wenn dank Covid-19 irgendwas überhaupt irgendwo möglich ist. Ja, ich bin ja selbsterklärter Stubenhocker. Ich bin gerne zu Hause, ich mache es mir auch gerne zu Hause gemütlich, auch mit Freunden. Das ist nicht so, dass ich soziale Kontakte meide oder so. Aber ich bin einfach gerne zu Hause, ich mag das. Ich bin auch kein Fan von schön eingerichteten Heimen oder wie auch immer, dass man es sich gemütlich macht, dann aber nie zu Hause ist. Das habe ich nie ganz verstanden. Das ist so ein Konzept, was für mich gar nicht funktioniert. Wenn ich es mir zu Hause gemütlich mache, dann möchte ich dort auch Zeit verbringen. Von daher sehe ich das auch gar nicht als Problem, sondern das ist einfach eine Einstellungssache, glaube ich. Klingt jetzt so ein bisschen wie Rechtfertigung. Ich wollte es nur ein bisschen erklären. Also ich bin tatsächlich gerne Stubenhocker, bin aber auch gerne draußen. Ja, also selbst als Stubenhocker, wie ich mich selbst bezeichnere, bezeichnere? Uiuiuiui. Ja. Eieiei. Also selbst als Stubenhocker schwindet bei mir die Motivation zunehmend, muss ich sagen. Dass jetzt die dunkle und kalte Jahreszeit am Start ist, sorgt jetzt nicht gerade für mehr Motivation, muss ich sagen. Das ist so eine Mischung aus Jahreszeit und Covid-19 seit März irgendwie. Das schlägt langsam aufs Gemüt. Und ich merke das einfach so beim Zocken und so weiter. Meine Zockkumpels, die haben teilweise längere Schichten, veränderte Arbeitszeiten, genauso wie ich auch. Und ja, dann auch mitunter irgendwie andere Verpflichtungen hier und da. Und aktuell hat irgendwie gefühlt keiner irgendwie Zeit. Ich aber auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, hier bin ich, jetzt kommt mal alle zu mir. Gefühlt haben alle Leute im Moment weniger Zeit. Selbst Leute, die in Kurzarbeit sind oder sonst irgendwas, die haben durch irgendwelche Umstände im Moment alle kaum Zeit oder auch kaum Lust. Also das ist immer so eine Mischung aus mehreren Faktoren, die super nervig ist. Und wenn, dann hat man oft nicht so die Chance, sich zeitgleich mal zu verabreden, weil die Zeitpläne, die Tagesabläufe und so weiter im Moment einfach sehr weit auseinander gehen. Und ja, gibt einfach nicht so die Möglichkeit. Das ist zumindest das, was ich feststelle. Und das ist super nervig. Es geht mir voll auf den Sack. Und es macht einfach keinen Spaß im Moment. Auf der anderen Seite, wenn ich mal so in meine Spielebibliothek gucke, auf den Desktop, auf die Verknüpfungen, auf die Konsole, was da überhaupt gerade so auf mich wartet, muss ich sagen, irgendwie fehlen mir aktuell so ein bisschen die Knallerspiele, die mich motivieren, da Zeit reinzustecken, wenn Zeit da ist. Oder ist es im Umkehrschluss vielleicht die allgemeine Demotivation, die mir so aufs Gemüt schlägt, dass mir einfach nichts recht ist. Ich weiß es nicht. Es ist so die typische Unlust. Ihr kennt das vielleicht. Ihr macht den Rechner an, klickt irgendein Spiel an, es startet und nach fünf Minuten macht das wieder aus. Dann überlegt er zehn Minuten, was er macht, startet irgendwas anderes und nach 15 Minuten ist es auch wieder aus. Also so geht es mir zumindest im Moment. Und ich habe irgendwie, oh, 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 jetzt knurrt aber mein Magen. Hier wird gleich mal Zeit, was reinzuschaufeln, würde ich sagen. Aber das machen wir hier gerade noch fertig. Und zwar, ich weiß nicht, es ist so ein Geben und Nehmen, aber ich glaube einfach, dass es sehr aufs Gemüt schlägt im Moment, das alles. Also diese ganze Covid-Situation, die Jahreszeit kommt da noch oben drauf. Und das sorgt bei vielen Leuten einfach für so ein bisschen Stressfaktor. Ich merke das bei mir auch. Und auch für so eine gewisse Grundunzufriedenheit. Man versucht natürlich irgendwo so ein bisschen seine Lichtblicke zu haben. Und die habe ich auch, keine Frage. Aber die Demotivation ist im Moment in vielen Punkten einfach echt am Start. Und das nervt. Es nervt wirklich sehr. Und ich hoffe, dass da bald eine bessere Zeit mal wieder kommt. Unabhängig jetzt von Covid, sondern dass einfach alles mal wieder ein bisschen entspannter wird. Und natürlich merke ich auch, dass ich Freunde lange nicht gesehen habe oder Freunde weniger sehe, seltener sehe. Und man das Ganze irgendwie auch so ein bisschen aufs Minimum reduziert, weil natürlich man auch versucht, irgendwie so ein bisschen verantwortungsbewusst zu sein und das auch möglichst vorzuleben für andere. Ich weiß es nicht. Ja, es ist wirklich anstrengend. Und ich glaube, ihr stimmt mir da alle zu. Es wäre schön, wenn man einfach mehr wieder ein bisschen die Optionen hätte. Ob man sie wahrnimmt oder nicht, bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, so ein bisschen die Optionen zu haben, das fehlt im Moment vielen Leuten. Und ich merke es bei mir selbst auch. Auch wenn ich sie oft nicht wahrnehme. Aber ich mag es gerne, die Möglichkeit zu haben. Genauso wie ich gerne die Möglichkeit hätte, mir einen Bart wachsen zu lassen und nicht nach sechs Wochen Bart wachsen aussehen wie ein Homeless Dude. Ja, keine Ahnung. Blöder Vergleich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich hätte gerne einfach die Option. Also selbst die Weihnachtsstimmung. Wenn ich jetzt auf ein Tacho gucke, es ist Anfang Dezember irgendwie und die Weihnachtsstimmung ist null. Wir haben hier im Haus aktuell nichts geschmückt. Wir haben dieses Jahr auch keinen Baum. Keine Deko, keine spannenden Pläne für die Weihnachtszeit, außer das obligatorische Essen mit den Schwiegereltern und Heiligabend, auf das ich mich sehr freue. Das machen wir immer so im Jahresweisen Wechsel. Einmal hier, einmal dort, einmal hier, einmal dort. Und da sind wir heute, also das heißt heute, sind wir dieses Mal wieder dort. Von daher besteht hier auch deswegen gar kein Grund, irgendwas zu schmücken. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie doof. Und ich hoffe einfach, dass das Jahr ein bisschen schön zu Ende geht. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Ja, das war es auch schon wieder fast. Zuerst kommen wir nun zur Empfehlung der Woche. Trommelwirbel. Genau. Und heute geht es um ein Stück. Um ein kleines, dreckiges Stück. Nee, nee, Moment. Stopp, zurück. Heute geht es um ein schönes und nützliches Stück Software. Und zwar geht es um ein Stück Software, das euch vielleicht helfen könnte, wenn ihr mehrere Computer benutzt. Sei es jetzt, es ist vielleicht ein Setup wie bei mir, ein Gaming-PC und ein Streaming-PC. Oder auch, dass ihr einen Desktop-PC habt und noch einen, keine Ahnung, Arbeitslaptop, wo ihr aber die Tastatur und das Touchpad irgendwie blöd findet und lieber mit Maus und Tastatur das bedienen wollt und nicht immer umstecken wollt und keine Ahnung. Also grundsätzlich jede denkbare Kombination und auch mehr als zwei, möchte ich ganz klar unterstreichen, von Computern. Und da gibt es verschiedene denkbare Kombinationen und Einsatzmöglichkeiten. Jedenfalls spreche ich von folgender Software. Sie heißt Synergy, ist erhältlich für PC, macOS, Linux und Raspian. Und was das Ganze macht, ist im Prinzip mehrere Geräte im selben Netzwerk mit derselben Maus und derselben Tastatur steuern, bedienen, wie auch immer. Und zwar habt ihr einen sogenannten Server, einen Hauptrechner, also mehr oder weniger der erste Rechner, auf dem ihr Synergy installiert. Den definiert ihr dann als Server, beziehungsweise das sollte natürlich das Gerät sein, an dem Maus und Tastatur angeschlossen sind, zum Hauptteil der Zeit. Und dann installiert ihr das auf allen anderen Geräten auch und stellt die als Client an. Dann wird das Ganze konfiguriert, das ist relativ einfach. Es gibt so ein paar Dinge zu beachten, aber das geht relativ easy. Ich hatte jetzt keine größeren Probleme damit und dann habt ihr an einem Rechner Maus und Tastatur angeschlossen und über das Netzwerk, also wirklich einfach nur über die Netzwerkverbindung, ohne zusätzliche Hardware und ohne Umstöpseln, zum einmaligen Einrichten, müsst ihr natürlich an jedem Gerät eine Maus und eine Tastatur irgendwie dran gehabt haben oder Touchpad oder was auch immer. Weil ihr natürlich ansonsten nichts installieren könnt ohne Maus und eine Tastatur, es wird ein bisschen schwierig ohne Eingabegeräte. Jedenfalls könnt ihr dann mit einem Set an Eingabegeräten auf jedem dieser konfigurierten Geräte das Ganze steuern und das ist eine schöne Sache. Das Ganze gibt es in der Basisversion für 29 Dollar für eine unbegrenzte Geräteanzahl. Das heißt, ob ihr da jetzt zwei Rechner mit verbindet oder 15, ist völlig egal und die einzige Voraussetzung ist, dass ihr das gekauft habt eben wie gesagt und die Geräte alle in einem Netzwerk sind. Das heißt, alle Rechner, die hier im Haus sind, können ich theoretisch mit demselben Maus und Tastatur steuern, ohne da groß umzustöpseln. Da muss man natürlich mal gucken, inwieweit macht das Sinn, das auf allen Rechnern einzurichten. Wo brauche ich das? Wie brauche ich das? Aber die Möglichkeiten sind da sehr schön eigentlich und es funktioniert auch super flüssig, muss ich sagen. Das ist von der Geschwindigkeit her exakt so für mich hier bei meinem Zwei-Rechner-Setup, als wenn ich hier einfach mit zwei Monitoren arbeiten würde und das ist super, super angenehm. Und nochmal einmal ganz kurz zurück zum Preis. Die Basisversion 29 Dollar. Das Ganze könnt ihr noch auf eine Pro-Version upgraden und noch eine Version oben drüber irgendwie. Aber die Pro-Version ist vielleicht für den einen oder anderen interessanter, denn da gibt es dann noch eine Netzwerkverschlüsselung, wenn ihr zum Beispiel sensible Daten hin und her schiebt oder wie auch immer. Denn hin und her schieben ist ein guter Einwand, denn es wird auch der Versand von Dateien zwischen Rechnern ermöglicht. Ja, das heißt, ich kann einfach von einem Desktop auf den anderen das rüberschieben. Super angenehm und auch das Clipboard, also der Zwischenspeicher zum Kopieren und Einfügen von zum Beispiel Texten wie Links oder was auch immer, wird ganz einfach unterstützt. Ihr seid auf einem Rechner, drückt STRG-C oder Rechtsklick kopieren oder was auch immer und auf dem anderen Rechner wird es einfach eingefügt. Super easy, super einfach und die Rechner müssen dafür nur im selben Netzwerk sein und es ist keine zusätzliche Hardware nötig und ich muss sagen, ich finde es ist für mich ein super geiles Upgrade, weil ich habe ja wie gesagt zwei Rechner stehen und wenn ich hier dann auf dem Schreibtisch zwei Mäuse und zwei Tastaturen habe, ist das super ätzend. Ich habe eine ganze Zeit lang auch mit so einem USB-Hub gearbeitet, der dann quasi das angeschlossen hatte und das wie so ein Y-Kabel an zwei Rechner dann weitergegeben hat. Ich konnte mit einem Knopf dann umstellen, auch super nervig, weil man auf den Knopf drückt und dann wird einmal das USB-Gerät angestöpselt am anderen Computer sozusagen und da muss man immer kurz warten. War auch super ätzend, hatte ich aber immer so als kleines Backup drin und ich habe jetzt bis vor kurzem Mouse Without Borders benutzt. Auch ganz cool eigentlich, auch kostenlos, das hat bei mir aber oft Probleme bereitet, dass dann irgendwas nicht ging und dann musste ich das doch irgendwie wieder hier über den Knopf am USB-Hub umstellen, damit ich dann auf dem anderen Rechner was machen konnte und dann ging es doch wieder und es war irgendwie sehr viel hin und her, deswegen hatte ich mich jetzt kürzlich mal nach einer Alternative umgesehen, bin bei Synergy gelandet und bin bis jetzt sehr zufrieden. Das ist ein bisschen Umgewöhnung, weil ich irgendwie immer noch aus Gewohnheit die Shortcuts drücke, um den Bildschirm zu wechseln, wie ich das bei Mouse Without Borders gemacht habe. Das ist jetzt gar nicht mehr nötig tatsächlich. Ja, von daher für mich eine kleine Umgewöhnung noch, aber es läuft jetzt schon sehr gut und super unkompliziert, von daher bin ich sehr zufrieden. Meine Empfehlung für alle von euch, die mehrere Computer benutzen und dann nicht immer irgendwie alles umstöpseln wollen oder auch einfach nicht genug Platz haben für mehrere Tastaturen und Mäuse auf dem Tisch. Sieht auch einfach blöd aus irgendwie. Ja, meine Empfehlung, Synergy, gebt es euch mal irgendwie, wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann es empfehlen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, vielleicht sucht der ein oder andere von euch ja gerade nach genau so einer Software oder nach so einer Möglichkeit, dann ist euch vielleicht jetzt auch schon geholfen. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auf meine Social Media Seiten verweisen. Die dürft ihr gerne abonnieren und auch über diese Social Media Plattformen mit mir in Kontakt treten, sei es jetzt, um mal einen kurzen Plausch zu halten oder auch einfach, ja, mal einen Themenvorschlag rauszuhauen oder auch über die Social Media Kanäle Feedback zu den einzelnen Folgen oder dem Podcast allgemein an mich weiterzureichen. Auf Twitter findet ihr mich unter at deinemindcast, auf Instagram unter at deinemindcast, wenig überraschend, ich weiß. Und über Facebook ist es dann ein bisschen anders, weil das da schon vergeben war. Und zwar heißt es dort Mindcast Podcast. Ja, also facebook.com slash Mindcast Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback und auf eure Kontaktaufnahmen jeglicher Art. Und das war sie auch schon wieder, eure Dosis Mindcast für heute. Ich bin Mindstalker, der Nerd von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lebt lang, tön Frieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.